Salut Leute! Da ich seit heute neu in dieser absolut sinnvollen und notwendigen Gruppe bin, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dalian Forrester und ich widme den Großteil meiner Kunst dem Gedanken an Freiheit, Gerechtigkeit und gelebter Fantasie. Gegenseitiger Respekt und Würde auf unkäuflicher Basis sind meine Ziele. Ethos, Logos und Spiritualität sind meine Pfeiler der Existenz. Gerechtigkeit ist die Kohäsion des sozialen Geflüges. Die globale Korruption hat sie aus dem Bürgerleben gesaugen. Das Fundament des sozialen Zusammenhalts ist bereits dabei zu zerbersen. In einer Welt, in der Geld und Gut zum all einzigen Maß aller Dinge erhumoren, wird Korruption zwangsläufig zum all einzigen Krieg. Wir sind Anonymous, alle für alle. Nots, 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 Nots... Untertitelung des ZDF, 2020